Da muss man Leute umbringen? Ja, du hast es noch nie richtig gespielt, oder? Ich habe es noch gar nicht gespielt, aber hey. Äh, Fun! Also ich könnte behaupten, wir haben die gleichen Kinder nochmal. Ja, gleicher Kinder nochmal. Wenn er befunden sein muss, kommt man hier schon wieder die Katze. Natürlich, ich bin schon wieder markiert. Ja, er mag dich. Achtung, wir haben Cursed. Nektar, auf jeden Fall wirklich wieder die Jägerin. Ja. Nein, du hast mich nicht gesehen, vergiss es! Okay, ich vergesse es. Danke. Hey! Hast du Alzheimer oder was? Kann ich schmeißen? Warum kann ich denn jetzt keiner abschmeißen? Du kannst maximal drei hinter deiner laufen. Ah, ich bin noch einer am Start gehabt. Ich bin. Lauf weg! Oh Scheiße! Sag mal, ich habe dir doch ein anderes würdiges Opfer gegeben. Verfolg das doch mal! Na hey! Ja, du musst auch mal ein paar sammeln! Ja, ich bin einmal zum Schrank gegangen, hatte gleich wieder fünf. Ich habe immer noch einer. Mir zieht ja immer noch eine raus. Ja, die Animation zieht nur einer raus. Solltest du mehr kriegen? Hi! Hi! Na? Lass mich, ich bin ein hübsches Mädchen. Du musst mich in Ruhe lassen. Das hat Bad Spencer auch mal gesagt in irgendeinem Film. Mein Vorbild. Warum machst du denn keine Palette? Genau deshalb. Ich schaue hier eine Zauber oder Gefälle nach der anderen auf. Das Totem hat noch keiner, oder? Ich hatte es gesehen gehabt. Wurde dann aber versteucht. Ah, das war es. Alles klar, dann weiß ich wo es ist. Dann mache ich jetzt erstmal ein Ablegungs-Totem. Es sei denn, ist der Blackrend weiter durch die Gegend. Nee, ich muss mich mal kurz heilen. Alles klar. Verdammt! Ah nee, los geht's! Ja, ich bin mir wieder dieser Frauenschläger. Ich verbitte mir sowas. Richtig, Frauenschläger. Ah, da leuchtet ein Totem. Ich mach weiter, Knobloch, Dinger. Er kämmt doch. Ich hör weiter die Melodie, ja. Nö. Aber der ruft ist als Erkämpfer. Nein, er kämmt nicht. Er kämmt nicht. Er kämmt nicht. Nein, das macht er nicht. Er kämmt, er kämmt. Nein, das macht er nicht. Doch, doch, macht er. Nö! Jetzt aber auch das Leuchte-Tote. Ja, komm. Ich strugel mal ein bisschen. Ja, mach das. Ich lass dich das auch gerne zu Ende führen, wenn du willst. Und der summt hier immer noch in der Nähe. Ja, ich weiß. Ich locki grad weg. Ah, okay. Guten Tag! Guten Tag! Daneben! Ah, ja. Oh, da ist ja der Keller. Und mir, was gibt's sonst so? Ich hab grad Zeit. Es tut mir leid, ich kann euch leider nicht retten, das ist irgendwie... Ja, lass mich sterben. Lass mich zurück. Ich werd von einem halben Orchester verfolgt. Und das summt. Ja! Au! Au! Na, tat's wenigstens weh! Zum Glück hab ich nur einen ersten Kopf. Was denn? Ja, gut. Ähm... Geopfert hier nicht, ist klar. Woll grad sagen, wir haben erfolgreich die Hälfte des Teams geopfert für einen höheren... Willen? Wessen? Was? Aber mir ganz wichtig, was hältst du vom neuen Design? Also ich fand mein Killer-Variante denn schöner, ne? So schön mit nem Schweinsköpfchen, die Wendklamotten. Ja, hatte viel Schönes, aber... Eieieieiei... Was denn? Und das mit der Müdigkeit kann man überwinden. Glaub mir. Kann man. Ja, das geht immer vorbei. Da bin ich voll in die Arzt reingelaufen. Ich wollte dir auch mal Erfolgserlebnis gönnen. Wenn du schon nicht von mir schlagen lassen wolltest, ne? Dich? Naja. Ist wenigstens der gleiche Kinder. Naja. Naja. Wenigstens die gleiche Arzt. Ja, die gleiche Arzt. Da klebt schon das Blut von Millionen von Leuten drei. Naja. Ich sollte zum Arzt. jemals hin kommst ja wenn wir da ja auch grad zeit hast ne habe ich nicht ganz ja mal kurz mein das ist jetzt das was denn du in groß also das drumherum das was da so innen drin ist weniger weiter ziehen weiter ziehen weiter zieht da kommt er da kommt er da konnte er ist gleich da ja da ist ja noch mal dazwischen blöd machen wir mal so rum ja oder so mich erst mal abgeschreckt hat aber dich ja von mir da ist der name fortleid drin in dem design namen wie mir diese designer also design mängel ja keine sorge sobald ich die 50 follow-up geht der antrag sofort raus ja genau bleibt da drin sie hat ja auch stimmt nicht gesehen ich weiß mit sie meinen stempel mit der stream gerade sehr viel spaß gemacht wenn ich heute war alles gleich und schlafen danke dass du da warst und starten ja so glaube ich die klappe ich so lange ich keinen sucht die klappe wenn ich ja und hast du gefunden ich mag keine musik die weg die weg das stimmt die map ist ziemlich klein ja ist doch ich glaube du mal weiß auch geht vom einen ende bis zum anderen das ist kalt aus draußen ja und die jünger desto frosch weil die kleiner desto krokodil aber sag mal mr black macht gleich weiter ich nehme nein ich nehme bis zum anderen also ich nehme ich nehme ich nehme Untertitelung des ZDF, 2020